Moin Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier und zwar mein eigenes im heutigen Tag. Ich leide viel lernen, mag den Deutsch, ne, was, ne, Bibliologie, Englisch und das leiden leider, aber ich habe natürlich heute vier Stunden war ich im Kino, mehr oder weniger, jedenfalls jedenfalls und so habe ich auch mitgezählt. Und zwar bin ich hier natürlich ausgestattet, was natürlich jetzt nicht typisch für mich ist, und zwar den Film Black Panther. Der war richtig gut, auch schon so ein Marvel-Film, weil er richtig geil, auch richtige Kicher war, natürlich auch episch, und so weiter, aber ich würde ich nicht spoilern. Irgendwann fand ich den Film richtig nice. Dann noch waren wir bei McDonalds, da habe ich mir einen Marvel-Cheeseburger gegönnt, der war richtig geil, also da kann man jetzt nicht beschweren. Und ja, gut. Und natürlich ein bisschen Popcorn, aber ohne Getränk, was nicht die größte Fehler meines Lebens war. Und ja, mitten, also ja so am Anfang eher, aber jetzt nicht so von Anfang an, kamen noch Leute rein, zu Kindern, ne, und die haben sich uns neben uns gesetzt, ne. In Real Life Story, beziehungs. Und diese Kinder, die haben mein Dad fast einen auf den Kopf geschlagen, weil sie so hinten, so mit den Füßen, so auf dem Stuhl, so warm oder in Lüste, auch neben meiner Mutter, aber so mit den Füßen, das fand ich richtig, ah, ich weiß nicht, was die Erwachsenen sich dabei gedacht haben. Aber gut. Ab von dem, ähm, ich hoffe, weil ihr wisst ja, ich habe euch gesagt, ich baue an etwas, ich möchte es euch heute mitteilen. Ich hoffe, das ist für dich kein Problem, Chaos, wenn du das mal hörst. Ich will euch ein bisschen nichts zeigen. über das Wort war, waren wir in Aufbau, und zwar, ähm, bauen wir an einen Community-Server von Chaos und meiner Community. Ich bin in America for Crypto to join, aber ihr könnt euch jetzt noch nicht joinen. Der einfache Grund ist, normal war das ein kostenloser Server, dem wir erst später, wenn man in der Größe wird und so, wo man Leute drauf schauen, erst dann bezahlen. Aber, jetzt kommt das, aber. Boah. Normal sollte er nie auslaufen. Ich habe meinen Hauptcard so in Gmail, äh, geschickt, also eine Mail geschickt, was das Problem ist und so weiter, weil plötzlich irgendeinen anderen Server gemietet haben, wo null Plugins sind. Null gebaut, der hat den Server erstellt und einfach hingelassen. Keine Ahnung, was das ist. Auch von einem gewissen Vloggy Daddy, also Server von Vloggy. Keine Ahnung, was das ist, von Typisch. Kein YouTube-Kanal hab' ich gerade auch geguckt, vorhin. Auch als den Vloggy Daddy geschrieben haben, das war auch simsterious. Vielleicht hat man den Kommentaren, was das ist. Normal dürfte das aber nie ablaufen. Erst wenn man den löschen oder irgendwie vergeben oder so, wenn jemand eine IP gegeben, beziehungsweise Konsolenberichte. Ähm, ganz mysteriös. Oder vielleicht hat jemand unsere, ähm, Konsole reingeheftet, je nachdem. Werden wir aber bald hoffentlich herausfinden, wenn hier mein Hub eine Antwort gibt. Hoffentlich. Denn wir haben die Map zukunft out. Wir haben, die Lobby war so geil. Also Clara war oben, das Querk war oben, Ang City war oben, der übrigens mein Developer sein wird, der hat schon einige Plugins am Werk. Etwas so schön, also für meine Baukünstler natürlich. Ich hab auch ein paar Fotos, aber die können wir jetzt noch nicht mal ähm, Zeiten, irgendwann später vielleicht. Und es wäre sehr schade, wenn alles verloren geht. Ich hoffe natürlich sowieso, dass engst, äh, Klaus Wohrwe, der Konsolenrefon so, die Map rettet oder beziehungsweise wenn wir den Server zurückerlangen, beim letzten Word-Speicher Punkt halt lade, denn vielleicht habe zwei, drei Maps verloren, aber nicht wirklich dann, hm, richtig schlimm oder so. So, das war alles mysteriöse, weil plötzlich aufgehört hat. Das war ganz komisch. Ich hoffe natürlich, dass das gut wird, so. Ich schaue mir heute übrigens, dann gegen Abend, dann Planet der Affen Teil 2 an, das ist also die neuere Version, ich habe auch die ältere Version, aber ich fand die Filme auch relativ cool und sowas, das ist, fand ich geil. Ich geil, so ist es. So, wenn ich irgendwie so einen Jumpscare baue, würde mir das nie jemand verzeihen. So, in meinem Zimmer wieder angelangt. Der Saustall ist einfach real, mit meinen Handys, mein Ladekabel, das habe ich das mal nicht mitgenommen, weil es auf 100% war. Und ich nicht, ich trinke. Ich trinke, weißte? Ich trinke, weil ich immer dann so lustig bin. Alles klar, egal. So, ähm, gut. Ich bin gerade in meinem Zimmer. Warum bin ich gerade außer Puste? Ich würde sagen, ich höre gerade meine Mutter Fernsehen, egal. Ich würde sagen, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, wir kriegen das mit dem Zauberzau und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.